Wir hätten Schneeschuhe anziehen sollen. Was? Schneewandern gibt's wirklich? Ja, weißt du was? Es ist nicht nur das älteste, sondern auch eines der effektivsten Mittel, um Eis zu überqueren. Wow. Jep, du passt gut zu Biverfield. Hier ist alles ein wenig. Merkwürdig. Juhu, Rachel! Die Leute, das Wetter, alles. Oh. Ranger, Sie sehen aus, als hätten Sie gerade eine Leiche gefunden. Die Straßen sind blockiert. Irgendwas stimmt nicht mit den Generatoren. Welchen Generatoren? So ziemlich allen. Ich komme nicht ins Internet. Und außerdem ist da eine Leiche unter Ihrer Terrasse. Heilige! Ah! 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 Wahrscheinlich ein Wolf. Bist du jetzt Dr. Timmec oder was? Wer weiß, wann oder wen es als nächstes tötet. Ah! Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es gefährlich draußen ist und wir hier drin sicher sind. Nur aus reinem Interesse. Wer ist bewaffnet? Interessant. Nun, auf eine gute alte Übernachtungsparty. Nur halt mit Waffen. Nur mit Waffen, ja. Alles an diesem Raubtier ist außergewöhnlich. Es ist weder menschlich noch hundeartig. Es ist etwas anderes. Aber was genau? Ein Lükantrop. Ein Wehrwollf. Ein Wehrwollf. Wie ist es hier reingekommen? Es ist rausgekommen. Wer sagt, dass es raus ist? Vielleicht bin ich ein Wehrwolf. Vielleicht bist du ein Wehrwolf. Vielleicht bist du ein Wehrwolf. Du ein Wehrwolf. Du ein Wehrwolf. Du ein Wehrwolf. Vielleicht sind hier alle Wehrwölfe. Stellen wir hier gerade ernsthaft einen Western nach? Hey, nicht provozieren. Sei einfach still. Wir machen uns am besten wieder auf den Weg. Sie geht nicht auf. Ihr wollt gehen. Ihr bekommt das schon hin. Das ist nur ein Hebenstrahl. Das kann doch nicht. Verschauen Sie mich. Bitte nicht. Verschauen Sie mich. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Bitte nicht das Schloss beschädigen. Ich muss mich nicht an einer eigenen Entschuldigung sein. Das nächste Mal besitzen Sie mich. Das nächste Mal besitzen Sie mich. Das nächste Mal besitzen Sie mich.